Geh in meinen Schrank. Geh du in deinen Schrank, ich spiel ein bisschen Basketball. Was machen wir jetzt? Farmhouse. Bereit drücken. Ich mag Farmhäuser. Ich nicht. Du musst nicht zur Tafel gehen, drück mal Stay jetzt. Ja, das wäre auch gegangen. Ich möchte nur in meinen Schrank gehen, bevor das Spiel losgeht. Farmhouse. Meinst du, da kriegt sich der Geist nicht? Ja. Ich nicht. Riff den Ball rein. Du warst nicht schnell genug. Du warst nicht schnell genug mit dem zu machen. Jetzt. Ah, wieder zu spät. Warte, ich lebe ihn wieder auf. Wir haben einen kleinen. Warte, warte, warte. Ich mach das jetzt so. Nein, verdammt. Ich hab auch die Kante vom Schrank gemacht. Nimm den anderen Ball. Ah. Jetzt. Warte, warte. 3, 2, 1. Jetzt. So, jetzt hast du ihn mit drin. Und wir starten das Spiel. Trotz, können wir? Ja. Tut mir leid. Wir mussten den Ball noch in den Schrank räumen. Aha. So sieht's doch richtig aus. Jetzt war ich wieder Erster. So ist gut. Irgendwas wussten sie mit Ball. Mehr was. Der Ball musste in den Schrank. Ich frag einfach nicht, okay? Wenn du nicht fragst, ist nie was gewesen. wie ist das leben so unser leben ist nicht so gut wie deins nach der info die ich von dir halten ab ja dies ja die ist ja einfach zu gut haben sie zeuge eines geist events werden foto vom geist euro foto vom geist ist eine aufgabe jetzt bist du wieder dran einigen sie dem länger drücken das kam nur einigen sie den bereich in der nähe des geistes mit räucherstäbchen ich habe nur gesagt wir brauchen diesmal wirklich ein foto von von ihr vom geist nein die sind gerade reingelaufen um den strom anzumachen eins aus in dem mittelhof street 1 haus was ist was wir krisen eins aus in der mitte auf der street kannst du mich hören wo bist du bist du aber es geht wieder nicht heute ich glaube ich muss wirklich einmal neu starten box geht immer noch nicht ja dann übernehme ich die du trägst die für mich okay du musst sprechen ich halte die nur ja da sonst laufen wo bist du bist du da wo bist du oder wie alt bist du und doch wo bist du geht auch ja wo bist du sagt er was aber bist du hier funktioniert mal nicht sag ich also da bist du hier da müsste nein das geht ja nicht weil so müsste ja oder nein sagen ja das macht ja auch manchmal das funktioniert tatsächlich das habe ich schon gemacht es funktioniert also irgendwie sagte macht er bei mir kein nicht nicht erkannt ich einmal im du das mal die hand ok und dann lass mich mal reden mal gucken ob das funktioniert halt mal mein kreuz aber ich nehme das mal die hand von dir ich will das jetzt mal kurz sagen bleib mal da wie alt bist du wo bist du ein spielbar ich habe auch kein wirst du dein kreuz wieder wirst du dein thermometer dabei ja der thermometer riecht hier schon hier dann thermometer riechere mal in der tja moment wo bist du man die temperaturen hier unten sitzt sieht es nicht so aus hier unten ist warm heute er ist der ist hier am stromkasten er hat mir gerade die tür zugemacht von der nase der wurde der wohnt da drin er wohnt hier oh ja sei doch der wurde ja unter 10 grad ja sei doch der wohnt hier der kollege wo ich das kreuz denn ich werde das kreuz dass man auch da hinten was vor den raum wir machen 1 links vom raum und 1 rechts vom raum wo ist das andere kreuz hier wird mir das andere kreuz immer wieder die führt mir eine lampe 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 oder hat was gesagt er ist hast du das kreuz mitgebracht das andere ja aber ich leute gerade erst mal die tür ja ich wollte leute das werde ich was hierhin da auf das buch ja zum buch was hast du eben gesagt was er mit der tür gemacht hat er die angegrabs ich habe es jetzt einmal aufgemacht hat sie gerade wieder zugemacht die kraftsche kolonne und fingerabdrücke habe ich keine gefunden ich schläge erstmal das ding hierhin ich gucke jetzt erst mal was da was dann noch gibt was gibt es noch was gibt es wieder der einzige eine kopfkamera da auf hat einer von euch trägt so was euch heraus stehschuss solche 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 räuchern durch räuchern wird aber lustig hoch und boxes dämon uni juhu such nach ors ich habe noch eine kamera reingestellt äh fire ne 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 super was steht denn überhaupt zur auswahl uni dämon spirit fingerabdrücke geflittertemperaturen oder warte mal was war denn das zu dmf keine ors ich gehe jetzt erst mal räucherstäbchen anzünden will jemand mit ich komme gleich warte mal emf wer uni hat jemand ein thermometer einfach kurz nach gefriertemperaturen gucken können weil das können wir dann abhaken ist drin ich guck nochmal jamie dekorierst du wieder die häuser ich vermute so ein bisschen das emf so wie das hier aussieht auf dem mann dekorierst du schon wieder die häuser du hast dir wieder eine kerze hingelegt ja wir brauchen die damit wir rausfinden so geil so ich komme jetzt erstmal räuchern schnabber der zung schnabber der zung weg ist der balkon holen und fingerabdrücke an der tür hab kein feuer als kein feuerzeug dabei ich habe keine vorher bei der foto operat habe das fotografiert ich wollte gucken ob das funktioniert hat mit den räucherstäbchen ja funktioniert wieder hoch weil das hinter mir angefangen hat zu knarzen also alles 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 ist erledigt auf unsere to-do-liste das salz gelaufen also was haben wir ein spirit ja diese spirit of the night als fingerabdrücke box und nein auf geht's wolf gibt mir die kamera oder liegt noch irgendwo muss noch eine sein gibt mir die kamera hier ist keine kamera woher ist eine kamera irgendjemand hat die dritte kammer geklaut ich habe eine kamera dann musst du jetzt mit rein fotografieren doch ich verfolge dich auch hier trau ich nicht du willst mich tot sehen hast du aber hör auf dann nehme ich mir noch eine bierdose mit das funktioniert nicht wenn du mich dabei an guckst während du die tür zu passt ja wenn er vor knochen gibt 20 punkte einer woche knochen gibt 20 punkte weil du musst wenn du ihn fotografierst gibt es da noch mal zehn ach gott ok lassen wir kurz gucken wolf du gehst nicht mehr rein du hast du noch fünf ich schmack auf hat mich mal voll und dann gibst du mir die kamera er hat noch zwei schuss ich habe ja auch das salz fotografiert ich habe den geist fotografiert und ich habe das buch fotografiert ich habe quasi alles gemacht sehr gut hier ruhig kommen hast du den knochen schon er macht meine fußbohren im salz haben nicht gezählt frechheit die zählen nur wenn er gerade durchgelaufen ist hast du schon oben unterst gesucht oben war ich und auch die puppen hat keiner fotografiert den man muss doch nicht alles fotografieren das gibt punkte aber du hast schon du bist doch nicht gut genug im level die erste halbe sagten wen musst du fotografieren wir haben leider keine fotos mehr übrig aber wir haben nichts noch dann komme ich raus was war ich ja wir wollen doch für die zuschauer auch ein bisschen spannung als wenn wir nur durch irren und irgendwas fotografieren ja ihr seid viel zu gut das spielen wir dann bei pokemon snap eh ja da wird fotografiert snapchat hier ist es für dich siehst du von viel besser